50 Meter ist die Untergrenze hier nicht überschreit, darf ich elektronisch vermessen, hier würde eine Fragung geben, aber jetzt, und sehr schön, die Ablösung, die sind zutage gekommen, jetzt wird sie noch schnell, ja, wie soll ich wieder auf die Folge mit dem maximalen 900 kmh aus Richtung ausbekommen, sehr schön, die Ablösung, die zu sehen, die Bedeutung, die praktisch noch ist, wie an anderen Stellen das Luftfahrzeug ersetzt, Kilometer pro Stunde, wie der bei uns vorbeikommt, weil wir sehen, wie die Luft konversiert, wie der wieder belastet wird, jetzt auf, 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 jetzt geht's! 50 Meter übergrund, 900 kmh! 20 Meter überángel Smly 15, 2, 5, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 9, 11, Die beiden also jetzt in ihrem Display, beim nächsten Losaufschluss. Am Langsatzflug kommt jetzt vorbei, die Sum 22 Filter eintrittsvoll. Untertitelung des ZDF für funk, 2017